Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute ist es mal wieder Zeit für einen neuen Helden und zwar Hansi ist dabei um Doomfist, einen offensiven Charakter. Der hat mehrere coole Fertigkeiten, Handkanone, Meteor-Schlag, Seismischer Schlag, Uppercut, Dampfhammer und eine passiv-offensive Verteidigung. Und ihr seht, ich zeige euch die jetzt mal ein. Das ist die Handkanone, der Seismische Schlag, Uppercut und wir haben hier nochmal so eine Aufladefertigkeit und wenn ich den jetzt gegen die Wand schlag, dann macht er richtig Spaß. Es ist zur Zeit echt nicht leicht, den zu zeigen, denn jeder will den Char natürlich spielen. So und da haben wir gesehen, wenn der eine Schlag durchgeht, dann tut der richtig, richtig weh. So, natürlich muss hier verteidigt werden. Wenn man in den Nahkampf kommt, kann man auch so eine Uppercut zu zeigen. So, weiterhin aufpassen hier. Aber wir haben hier einen schönen Heiler, beziehungsweise einen guten Heiler, der da auf uns auch aufpasst. So ein Sniper, auf dem muss man natürlich immer aufpassen. So, wir decken hier jetzt schön den Punkt. Heiler hat uns hier gut am Wickel. Ob der Gegner dumpf ist, jetzt hier so der beste Charakter ist, für den Angriff will ich übrigens mal zu bezweifeln wagen, denn der ist natürlich schon so, dass er dementsprechend die Ziele braucht. So, sehr gut. Da haben wir mal alle Fertigkeiten so ein bisschen sehen können. Wir sehen auch der Gegner, der verzweifelt. Hier viele Disconnects und sonstiges, obwohl da auch gute Spieler sind. Also gerade der gegnerische Doomfist, der hat so ein bisschen was drauf. Doomfist war ja so ein Charakter, der schon lange angekündigt war, beziehungsweise lange schon irgendwo gewünscht wurde. So, und damals mal unsere Ultimate gesehen, auch wenn es hier sehr, sehr kurios war, weil ich da natürlich mittendrin war. Der Ultimate Schlag geht eigentlich normalerweise, er springt da in die Luft und könnt dann sozusagen auswählen, wohin ihr wollt. Aber in dem Fall war ich dann natürlich in so einem kleinen Raum. So, da habe ich ihn mal mit meiner Faust mal ordentlich geholt. Und ihr seht, ich lade hier immer diese vier Striche auf. So, jetzt haben sie langsam so ein Gefühl raus, welche Charaktere für sie passen könnten. Ihr seht, also jetzt so ein bisschen mehr auf Range gehen sie da jetzt. Und da ist natürlich der Doomfist immer so ein Thema. Deswegen jetzt natürlich schnell versuchen, zu A zu kommen. Ultimate habe ich gerade nicht ready. Aber gut verteidigt worden von den anderen Jungs und Mädels hier. Alles passend. Sehr schöne Heilung, vielen Dank. Kann man da nur... So, sehr gut gemacht. Da lobe ich mich schon selbst. So bin ich schon im Spiel drin. So, aufpassen. Ach, da habe ich mich fertig machen lassen. Ehrlicherweise. Da hätte ich viel früher zum Punkt zurück. Und dementsprechend natürlich, ihr seht, wie low ich war. Da hat der Heiler gar keine Chance gehabt, mich überhaupt noch mal zurückzuholen. Und jetzt wird es eng. Jetzt wird es richtig eng. Ach, da war ich zwei Punkte, aber schaut mal was da. Fünf Gegner, keine Chance, jetzt den Punkt zu verteidigen. Der war durch und der seht ihr hier den Meteor-Auschlag, aber den hat er gut versetzt. Der gegnerische Doomfist. Meiner ist gleich wieder ready. Wäre natürlich jetzt perfekt gewesen, wenn der Feuer da schon ready gewesen wäre. Aber Overwatch ist eben kein Wunschkonzert. Außerdem erlaubt uns das natürlich hier noch ein bisschen weiteres Doomfist-Gameplay zu sehen. Ach, da war ich meine mit meinen Fertigkeiten blockiert. Dementsprechend konnte ich hier leider nicht mehr machen. Habt ihr da gut gesehen? Sombra ist halt auch ein sehr spezieller Charakter. Kann man mögen, muss man aber nicht. Aber wie gesagt, in dem Fall sehr gut gemacht. Chapeau. So, natürlich will ich mein Ultimate nicht weisten. So, die will mich immer, die Sombra. Also die Sombra hackt mich jedes Mal. Damit sind meine Fertigkeiten weg, für alle, die es nicht wissen. Und natürlich ist es dann schwierig, irgendwie wegzukommen. Sehr gut. Sehr schöne Ulti. Dafür liebe ich den Char einfach. Ich meine... So, diesmal hat der andere da gar keine Chance gehabt. Da hat er sich hier ein bisschen doof positioniert. So, jetzt haben wir einen Winston. Weil eigentlich nach wie vor Lieblings-Char. Ach! Waren da jetzt viele. Und natürlich in dem perfekten Augenblick, als ich da hinkomme, macht der andere hier seinen Pfeil. Pass auf, sozusagen. Ich komme hier einfach rum. Der galt mir gar nicht. Sondern der galt eigentlich gefühlt eher dem... Dem Winston. Aber ihr seht's. Die Zeit läuft zu unseren Gunsten. Eine alte will ich noch rausbringen. So, jetzt habe ich hier mal mein Ding zeigen können. Mein Ding zeigen. Das klingt ein bisschen schlimm. Ja, und der hat es jetzt gut gemacht von oben. Aber der Meldio-Ausschlag hat sich gut gezeigt, wie der geht. Der springt in die Luft. Ihr könnt es sozusagen dann auswählen, wohin er gehen soll. In welchem Radius. Und dann kommt er runter und macht alles blatt in dem Areal. Sehr geile Ultimate auf jeden Fall. Sehr stylisch. Und ihr seht's. Keine Chance, wenn die da alle zusammen drauf sind. Ich wollte natürlich einfach kurz nochmal stoppen. Aber hat der Gegner hier sehr gut gemacht. Da waren sie alle so weit zusammen, dass hier für mich gar keine Chance war. Ich habe nochmal ein bisschen zwar für Unruhe sorgen können. Aber das war leider sehr, sehr kurz. Natürlich, wie gesagt, bin ich jetzt hier kein Meister mit dem Char. Das ist meine effektiv erste Runde. Es ist nämlich, wie gesagt, immer sehr, sehr, sehr schwer, einen neuen Char zu picken. Und besonders, wenn hier die so, 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 jetzt schießmäßig ausgelegt sind. So, diesmal habe ich ihn wegmachen können. So, in dem Fall ging mein Meteor-Ausschlag leider ins Leere. Aber den Uppercut... So, den wegmachen können. Ah, aber hier, in dem Fall, jetzt war es zu viel. Aber ich habe nochmal ein bisschen, ein bisschen für Ärger sorgen können. Leider die Ultimate da mich erwischt. Ich bin auch schön reingesprungen. So, ihr seht, noch 25 Sekunden, aber es sind halt nur noch ein paar Meter. So, in dem Fall, zack, nochmal schön die Faust gegeben. Der Style ist super lässig. Aber, naja, von hinten vom Sniper, das ist natürlich sehr, sehr bitter. Hat sich da gut hingesetzt. Und auch hier gefühlt habe ich mich eher in den Sprung, beziehungsweise in den Schuss gestellt. So, den schön hoch in die Luft. Auch der weg. Und den habe ich hier in die Faust gegeben. Auch der nochmal eine. Ah, geiler Style von dem Charakter. Und schon haben wir es geschafft. Mann, war das eine intensive Runde. Aber sehr nice. Und da haben wir es nochmal zum Schluss gut verteidigt. Cooler Char, geiler Style. Hier seht ihr jetzt Doomfist auch mal in der Mitte, wie er aussieht überhaupt. Also, da muss ich sagen, hat ein unfassbares Potenzial. Aber wird auch wahrscheinlich ein Char sein, der wahnsinnig von den, ja, ich will jetzt sagen, von dem wirklich, vom Game lebt, wie es läuft. Und natürlich auch, wie das Gegner-Line-Up ist. Also, ein sehr guter Char mit viel Potenzial. Der aber dementsprechend das braucht, dass er auch so gelebt wird, sage ich mal. Ja, damit hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen, in Overwatch reinzusehen mit einem neuen Char. Ist es immer schön. Ich kann nur sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Und ihr seht, da war noch ein bisschen was dabei, auch wenn ich nur Bronze und Silber. Aber ich bin zufrieden. Erste Runde Doomfist. Alles klar. Euer Alka Amba. Tschüssi.